Suchen Sie noch? Oder haben Sie schon den Durchblick? Endlich Übersicht gewinnen! Mit dem CCS Vertragsmanagement gewinnen Ihre Verträge an Transparenz und Vollständigkeit. Ein effektives Tool, das mit intelligenten Funktionalitäten den Leasingnehmern die Verwaltung, Organisation und Bilanzierung über andere Tools vereinfacht. Doch möchten wir Sie zunächst auf eine kleine Tour einladen? Vielleicht kommt Ihnen bei unserem Ausflug in den Büroalltag einiges bekannt vor. Warum verwalten mehrere Abteilungen die Verträge? Die Daten sind ja völlig unsystematisch erfasst. Die Vertragsinventur ist viel zu zeitaufwendig. Ich finde die Leasingverträge nicht mehr. Uns fehlen Daten. Die Erfassung ist fehlerhaft. Liegen zur Bilanzierung von Leasingverhältnissen nicht vollständige und richtige Daten vor, dann können die Folgen gravierend sein. Denn fehlende Transparenz kostet Zeit und Geld. Hier setzt das CCS-Tool an. Mit seinen intelligenten Anwendungen schafft es einen effizienten Workflow. Schauen Sie mal, wie sich mit dem Tool die Situation darstellt. Ein intuitiver Workflow macht die manuelle Erfassung möglich. Komfortabel. Ich kann Vertragsdaten auch aus anderen Datenquellen einfach hochladen. Fehlerfrei. Die Validierungen während der Eingabe erkennen falsche Eingaben sofort. Effektiv. Der Datenexport ist in jedes beliebige Leasing-Tool problemlos möglich. Sicher. Integrierte Freigabeprozesse und Rollenkonzepte gewährleisten die Datenqualität. Zuverlässig. Die Benachrichtigungsfunktion erleichtert das Vertragsmanagement enorm. Erfolgreich. Die Reports und Auswertungsfunktionen machen genaue Analysen möglich. Und die Daten können über eine Schnittstelle in ein für Sie optimales Leasing-Tool geladen werden, welches die Leasing-Berechnungen und Buchungssätze ermittelt. Einfach, effizient und sicher. Das CCS Vertragsmanagement schafft Ordnung für Sie. Das CCS Vertragsmanagement schafft Ordnung für Sie. Untertitelung des ZDF, 2020